Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Unternehmens. Mit den Handelsunternehmen Billa, Penny, BIPA und ADEC gestalten wir, die Rewe Group, wegweisend den österreichischen Handel. Gemeinsam vereinen wir mehr als 400 Berufsbilder. An den Zentralstandorten und in unseren Filialen. Gemeinsam versorgen wir täglich unsere Kundinnen und Kunden in ganz Österreich sowie Mittel- und Osteuropa mit den besten Lebensmitteln und Drogerieartikeln. Gemeinsam machen wir Ihr Leben einfacher. Legen wir dabei großen Wert auf individuelle Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen unserer Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kundinnen und Kunden. Sind wir diejenigen, die Sie mit allem versorgen, was Sie im täglichen Leben brauchen. Wir bieten stabile und krisensichere Lehrstellen und Arbeitsplätze und sind dabei einer der der größten Arbeitgeber des Landes. Gemeinsam für ein besseres Leben. Dirig DIP- und Juden Wünsche Laise Untertitelung des ZDF, 2020